Hallo, mein Name ist Karin Rauschenbach und ich bin Gründerin von The Blue Suit. The Blue Suit, es geht alles um Blau und Denim, wie der Name schon sagt. Wir machen fair klassische Schnitte in Denim. Dabei achten wir, dass das Material aus organischen Denim, also organischer Baumwolle, gemacht wird. Es gibt unterschiedliche Jacketttypen, unterschiedliche Hosentypen und die Idee ist einfach, dass man ein Stück hat, was viele Jahre hält, was einfach ein klassischer Stil ist, den man aber sportlich wie auch sehr schick tragen kann, universell einsetzbar ist, in die Kita, im Morgen, ins Meeting, mittags, geht alles mit dem Anzug. Und wir arbeiten mit unterschiedlichen Denimgewichten, also das ist jetzt ein eher dünneres Denim. Es gibt ja andere Farben, aber die Idee ist einfach, eine sehr konzentrierte Kollektion zu haben, die jeder versteht und die man mixen und matchen kann, wie man mag.